Liebe Karolinerinnen und Karoliner, Tag 3 in dieser ganz speziellen Woche vor Weihnachten. Und es hat wieder Fortschritte heute gegeben, aber natürlich auch Herausforderungen alter und neuer Art. Das waren natürlich Herausforderungen technischer Art, aber auch inhaltliche Fragen. Wir konnten hier viele Einzelanfragen auch lösen. Aber der Appell ist letztendlich an uns alle, wir können das und diese Situation letztendlich alle nur gemeinsam lösen. In der verbleibenden Zeit aber auch nach vorne gedacht. Und nach vorne gedacht, haben wir in der letzten Schulkonferenz auch den Gedankenaustausch darüber geführt, wie ist es eigentlich mit den Schulfahrten? Denn die Regelung lautet ja, bis auf Weiteres sind sie nicht möglich. Und wenn man dieses bis auf Weiteres jetzt mal mit der Gesamtsituation vergleicht, wie realistisch ist das eigentlich? Wir haben noch ein zweites gemacht. Wir haben uns den Kalender angeschaut. Ihr seht, wir sind jetzt hier am 16. Dezember. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiter guckt, dann hat man den 16. Dezember, die wohlverdienten Weihnachtsferien, dann schon wieder die Woche im Januar, wo wir uns auch nicht sehen. Mit der Regelung, was wird danach sein? Wenn ihr die verbleibenden Unterrichtstage euch anschaut, die freien Tage dazu, die Ferien, dann noch hier reinrechnet, dass wir Prüfungszeiträume haben, kommen eigentlich zwei Faktoren aus unserer Sicht zusammen. Einmal die Frage, wir müssten jetzt im Januar buchen und Kosten verursachen. Denn das Land hat entschieden, dass die Stornierungskosten bei den Elternhäusern bleiben. Und das Zweite ist die verbleibende Unterrichtszeit, wenn man sich einfach nur mal ganz rational die Tage anschaut. Und deshalb ist es vielleicht nicht ganz schlau, diese Dinge jetzt in Angriff zu nehmen, sondern nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Und was möglich ist, das sind ja letztendlich Wandertage. Und wir haben in der Schulkonferenz das andiskutiert. Auch einzelne Klassen waren schon bei uns. Also die Klasse 8, 6, 10, 2 und 10, 5 haben zum Beispiel überlegt, einen Tagesausflug nach Babke zu machen, ob nun mit Fahrrad oder gewandert. Wir könnten in unserem schuleigenen Objekt in Babke dann die Mittagsversorgung zum Beispiel sicherstellen, andere Aktivitäten. Und man könnte abends gemeinsam dann mit dem Bus nach Hause fahren. Also das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen. Das wäre ganz gut, wenn wir uns da im Januar austauschen können oder auch jetzt schon Ideen bei uns ankommen. Denn für uns ist eigentlich Gemeinschaft wichtig. Wenn das eine nicht stattfinden kann, ist wirklich die Frage, können wir wenigstens diese Art von Gemeinschaft von Ausflügen für euch letztendlich gemeinsam organisieren. Das ist der Gedanke und daran sollten wir uns vielleicht gewöhnen, dass wir das zusammen in den Blick nehmen. In diesem Sinne, euch heute noch einen schönen Tag. Seid gegrüßt und bleibt gesund.